Guten Morgen! Wir haben heute eine Außentemperatur von, ich schätze mal, zwischen 8 und 10 Grad. Das ist windiger geworden, was es hier draußen noch ein bisschen unangenehmer macht, weil der Wind nimmt doch mehr Wärme vom Körper weg. Ich wollte mal ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Also man kann es nicht nur auf die Kälte zurückführen. Ich mache auch gleichzeitig so ein Intervallfasten. Aber ich schlafe ja nachts acht Stunden, ohne dass ich irgendwie diese kleinen Aufwach-Peaks, die man in der Nacht hat, die man in der Apple Watch aufzeichnet habe. Und ja, das ist echt angenehm. Mal schauen, woran es liegt. Und jetzt gehe ich ins Wasser. Bis gleich, ciao! So, ich bin wieder raus. Heute waren es nachtig. Gefühlt waren es heute echt die nachtigeltesten. Wie geht es mir danach? Oh ja, ich habe jetzt noch nicht gelesen. Wir sind da nur euphorisch. Wir haben Hyps-Hormone und keine Ahnung. Ich muss sagen, mir ist einfach nur kalt. Ja, also nicht so richtig kalt. Aber es ist halt kalte Füße. Ich freue mich drauf, jetzt gleich einen Kaffee zu trinken und ins Warmen zu kommen. Die gesundheitlichen Aspekte, das ist eine andere Sache. Da, wie gesagt, beobachte ich die ganzen Sachen. Und werde auch zwischendurch mal so ein Fazit geben, wie es war. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag bis dahin. Tschüss!